Hier ist ein Hebel. Willst du Schaufeln? Sie haben keine Schaufeln. Ich glaube hier war nichts mehr, ne? Außen. Hier steht jemand. Ach die. Ich komme zu euch. Einmal in der Ratszimmer. Nee. Sie haben die angegriffen. Ich habe die nicht angegriffen. Ich habe die nicht angegriffen. Geh mal hin. Geh mal hin. Die Schaufel ist gewonnen. Nice. Die Schaufel ist gewonnen. Die Schaufel ist gewonnen. Die Schaufel ist gewonnen. Sie hört ihr. Geh weg. Geh weg. Wir können auch scrollen. Oh. Bade. Let's go. Oh, scheiße. Du Schellen. Wollen wir mich einfach da oben hängen lassen? Ja gut. Dann bleibt die. Wie du sagst. Da fehlt noch irgend einer. Wo ist Jan? Wir haben eine Schaufelm. Achso. Können wir nochmal mit der reden? Ja. 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 Nein, die kennt das nicht. Von mir aus. Okay. Dann auf auf meine Freunde. Auf auf und auf. Wer die nicht bitte sagt kann die da bitterlich verrecken. Ich hab hier Spatrall reingepackt, oh mein Wichser... Wichser... Wo gehen wir lang? Was ist passiert? Goblins sind auf unsere Seite, open die Gäste, jetzt! Sie lassen die Goblins hier? Wo sind die Druid? Bitte, keine Zeit! Die Nine Hellen, open die Gäste! Die Gäste! Die Gäste! Wich... ... das ist mein Schatz! Die roche zufüffelig... ich stehe so weit weg neben dem ein es 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 Das war's für heute. Ich bin ein Dachs. Das ist doch ein ziemlich großer Dachs. Dachs ist ein richtiger Huchensöhner. Huchensöhner. Also irgendeiner kann glaube ich den Einglauf bewegen, oder? Wen? Oben den... Ne, Will kann man nicht bewegen. Meinst du den da? Genau. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Der Aradin. Hey. Nicht auf den Dachs. Nein. Wie ich hingefallen bin. Wie lebe ich denn hier? Warum liege ich? Ich kann nichts machen. Ich kann auch nichts machen. Ja. Sört man. Oh, ich klicke noch eine Runde flach. Warte, ist er flogen. Runtergeschubbt. Nein, ich hätte laufen sollen. Ja. Ja. Ich habe rote Füße. Oh, was haben die bei mir mit Hopfen gemacht? Die Bewegungsrate ist halbiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Lache, Alter, ey. Oh, tot. Daß. Han. Kannst du immer nichts machen? Doch, ich kann schon was machen. Ich kann nicht ran gehen, weil ich meine Bewegungsgeschwindigkeit... Ja, super. Hallo, ich bin der Dax! Danke! Schade, nicht getroffen. Ja, der ist schon am Bluten. Ich kann nur Folgen nehmen. Dax-Angriff. Alter, Schaufler! Irgendwann Pokémon! Ah! Wie hast du das geworben? Ein bis vier Schaden? Ein Schaden. Noch drei Leben. Und down! Hey! Bin gerade da! Und der geht direkt auf mich. Was für ein Penner. Oh! Und der geht direkt auf mich. 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 Er andere. Und der geht direkt auf mich. Und APPE! Ah, dann mache ich Stufenaufstieg jetzt. Fertigkeiten ändern. Das heißt, Fertigkeiten ändern heißt, ich kriege was dazu, ja? Was kannst du da auswählen? Athletisch, Akrobatisch, Heimlichkeit und sowas. Ah, okay. Ja, weiß nicht.